Wir haben einen Partypump-Kurs. Kurzer Kermi-Check. Ich komm überhaupt nicht mit. Die Kameraeinstellung ist etwas ungünstig. Ich mach kurz Pause, wenn sie nicht guckt. Meine Nase juckt. Hallo. Bei so Kursen denkt man immer, man hätte gleich den Dreh raus und dann kommt doch irgendwas anderes. Die Frau bringt mich rum. Hä, wie gehen die wieder ab? Voller T-Bone kam ich. Komm nicht mehr hinterher. Jetzt hab ich den Dreh raus. Jetzt kam ich mehr. Oh ja, der Nose-Breaker. Hä? Hilfe, meine Bubis fallen hier fast raus. Ich bin gerade wieder. Ich spinnte hier was. Ich brauche auch leichtere Scheiben. Ich brauche noch eine Runde, sagt sie. Ich tropfe schon auf den Boden. Die macht mich fertig. Das reicht mir. Dankeschön.